Die Bayern-Stars hatten Zeit, ihre Reserven aufzufüllen und gehen gestärkt an die neuen Aufgaben. Jedenfalls diejenigen, die nicht mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen waren. Und die nächste Aufgabe wartet am Samstag auf die Münchner beim Auswärtsspiel in Frankfurt. Doch Eintracht Frankfurt ist daheim eine Macht und in dieser Saison zu Hause noch unbesiegt. Da wollen sie auch gegen die Bayern mehr als nur ein gutes Bild abgeben. Wäre auch ein Geschenk für Frankfurts Trainer Niko Kovac zu dessen 44. Ich weiß auch gar nicht, ob die Jungs morgen wissen, ob ich Geburtstag habe. Das ist das eine, aber zum anderen ist das auch völlig unwichtig, dass ich morgen Geburtstag habe. Morgen ist das Spiel wichtig. Wir müssen zusehen, dass wir morgen ein gutes Spiel abliefern. Wir wollen dort morgen auch punkten. Das ist ganz klar. Wir spielen zu Hause. Wir haben jetzt schon nach drei Heimspielen sieben Punkte zu Hause gegen sehr gute Gegner geholt. Bayern ist morgen natürlich die Krönung. Nach 14 Tagen Pause wissen sie in Frankfurt auch nicht so recht, wo sie gerade stehen. Denn die Eintracht hat zweimal in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen. Viele denken, dass die Bayern sich ausruhen können von Woche zu Woche. Aber wenn sie jedes Mal gegen Mannschaften spielen, die 100 Prozent geben, dann ist es für die Bayern auch nicht ganz einfach. Meine Mannschaft ist fokussiert. Das habe ich gesehen diese Woche. Das war ein bisschen, gegen Freiburg hat dieses Gefühl, ein bisschen anders. Aber jetzt wissen wir, dass wir zu Hause spielen. Wir spielen vor unserem Publikum. Und wir möchten unserem Publikum das bieten, was wir auch in den letzten Spielen geboten haben. Nämlich schöne Spiele und dann auch erfolgreiche Spiele. Vor der Länderspielpause geschah Ungewöhnliches beim FC Bayern. Wettbewerbsübergreifend gab es in zwei Spielen keinen Sieg. Und auch beim Gaudi-Kick ging eine Fanauswahl, ist zu erkennen, den Bayern ist irgendwie die spielerische Leichtigkeit abhandengekommen. Das Auswärtsspiel in Frankfurt ist der Auftakt für eine Zeit mit sieben Spielen in 20 Tagen in drei Wettbewerben. Gut, dass die Bayern aufgetankt haben. Gut, dass die Bayern aufgetan hat.